Hallo und willkommen im Number One Sun & Beauty. Ich darf Ihnen heute ein Premium-Gerät vorstellen, die Prestige 1200 aus dem Hause Ergolayen. Auch hier haben Sie einen wunderbaren, großzügigen Bräunungstunnel mit einer entspannten Liegefläche. Der Bräunungstunnel ist sogar am Kopf- und am Fußende geschlossen. Das bedeutet für Sie, dass Sie einen herrlich klimatisierten Bräunungstunnel und entspannte Zeit auf der Prestige 1200 genießen können. Hier haben wir die Möglichkeit von außen alle Einstellungen vorzunehmen, ganz einfach über dieses Display. Können Sie einstellen, wie intensiv Sie die Gesichtsbräuner möchten, wie stark die Klimaanlage sein soll, die Lüftung und alle Dinge, die Sie brauchen für eine entspannte Wohlfühlzeit auf der Prestige 1200. Kommen Sie einfach vorbei in einer der Number One Sun & Beauty Filialen und genießen Sie Ihre persönliche Wohlfühlzeit.